Ich freue mich total, immer dabei zu sein, auf was der Thomas hier immer wieder hinstellt. Es ist echt cool. Ich bin so glücklich, dass ich noch nie hier war, aber es wird so viel Spaß sein. Es ist großartig. Ich habe es nicht erwartet. Ich bin sehr glücklich, jetzt hier zu sein auf dieser Party und ich liebe den Schmuck einfach. Es ist wirklich einer der schönsten Vatys. Sie ist lässig, sie ist cool, es sind ziemlich abgefahrene Leute hier. Ein viel Trinken, ein viel Party. Was anderes? Interrupte die Station. Das Ort ist fantastisch, die Leute sind schön. Ich denke, das ist ein schöner Abend damit. Ich bin sehr glücklich, es sieht schön aus. Ich habe hier einfach gekommen, es sieht gut aus. Wir machen einen wunderschönen Abend mit lieben Freunden. Spaß. Jede Menge Spaß, nette Leute, gute Musik und natürlich den sensationellen Schmuck in allen Formen und Farben. Es glitzert und funkelt überall. Es ist eine große Energie heute Nacht, eine große Spaß. Ich denke, es ist eine Saturday Nacht, also ich denke, es ist eine gute Nacht zu partieren und ich weiß, dass es München mag, zu partieren. Wenn Thomas Sabo eine Party macht, ich glaube, dann gibt es keine Halten mehr. Und jedes Mal ist immer ein riesen Live-Act, Musik auf der Bühne. Rock'n'Roll Karma, dann! Oh, yeah! Thomas Sabo zelebriert das Leben, wir feiern das Leben und wir wollen hier mit dem Karma das Leben feiern und die Leute sollen eine positive Energie mit rausheben und einen schönen Abend genießen. Ich glaube, wenn du gute Energie gibst, dann bekommst du auch gutes Karma. Alles ist Karma in der Leben, also ich bin ein Yogi. Also, ein gutes Karma zu haben ist für mich essentiell. Deswegen bin ich eine große Karma-Kollektion. Das Tolle ist, dass es immer wieder was Neues gibt, zum Beispiel diese Karma-Beats jetzt. Ich will so ein bisschen Rockstar sein heute Abend, da habe ich mir das sehr rockig zusammengestellt, mit Silber, Schwarz. Das ist David Alaba-Style, powered by Thomas Sabo. Doch, das hat sich eine dritte Scheife-말ge. Hö was das zu意思.